Ich bin Sebastian Wuth. Ich bin bei der Familie Wiesner Gastronomie für die Food-Entwicklung zuständig. Ich schaffe seit circa drei Jahren für die Firma. Wir haben bei uns in der Familie Wiesner Gastronomie den Anspruch, dass wir den Plant-Based-Anteil ständig erhöhen wollen, in allen Brands. Und da ist uns für die Nigishi Sushi-Bahn natürlich der Garden-Gourmet Wuna gerade recht gewesen. Wir haben in der ganzen Entwicklung für die Plant-Based-Fish-Roll viele verschiedene Produkte angeschaut. Wir müssen einfach sagen, dass der Garden-Gourmet Wuna für uns einfach von Anfang an überzeugt hat. Er hat überzeugt im Geschmack, in der Nase, im Geruch und auch von der Konsistenz. Das war einfach das perfekte Produkt für uns. Ich sage die ganzen Plant-Based-Alternativen, speziell Fisch, ist so ein heikles Thema. Es geht sich darum, die Weltmeere ein bisschen zu schonen. Wir wissen alle, dass es Überfischungen gibt, es gibt den Klimawandel. Und weil immer man was Positives machen kann mit Ersatzprodukten, die das stoppen oder zumindest verlangsamen, hat man glaube ich einen sehr, sehr guten Beitrag geleistet. Wir haben uns vorgenommen für in der Familie Wiesner Gastronomie, dass wir bis Ende 2022 klimaneutral sein wollen, besonders den CO2-Fußabdruck senken und uns helfen natürlich gute Plant-Based-Gerichte auf den Karten, um dieses Ziel zu verfolgen. 2022 im Wendy Untertitelung des ZDF, 2020